ja hallo liebe leute zur weiterrunde betts und betts und betts so wir sind auf jeden fall hier vom letzten ventilator und bevor ich mein bettmobil runter lassen werden kann und müssen auf jeden fall dort rein so jetzt müssen wir mal gucken was wir hier machen können sieht aus wie das ziehen können dazu brauchen wir nicht exklusiv betts die badclaw wird nicht funktionieren aber ich kann die winde am bettmobil verwenden so aber mal erst mal da rein jetzt fahrs ist hier sind die 21 geld mehr oder ne 3 geld und 21 geld mehr so hoffentlich funktioniert das jetzt wie ich mir das denke ich möchte mich den das dinge anmachen einschalten genau das habe ich mir so gedacht das sind zwar eine todbetts das ist eigentlich nicht deine masche alle zu sterben aber naja gut die werde ich auch bis umbringen nützt nicht so was ist das hier machen wir es einfach mal ist das jetzt gebracht nichts ich werde schon erstmal gucken weil ich habe ein neues update auf jeden fall geschaltet hier haben wir es noch dass wir das nicht vernachlässigen vernachlässigen vintage verbesserungspunkte was haben wir denn hier bad sweet ähm wägungsliste kämpfer kämpfer mal gucken nochmal haben wir denn hier ja so oh das ist natürlich auch nice was ist das hier passt der nächste schlag genau ab um seine schlagskraft zu verdoppeln das ist natürlich geil kann ich nicht nutzen schade boah dreht den hier völlig weg alle das habe ich schon genutzt ich trottel ah das ist natürlich auch geil nice so jetzt haben wir das auf jeden fall hier haben wir noch badmobile haben wir gar nichts freigeschaltet da steigt die panzer rum das wird nur was wir machen hier oh da kann ich sogar weiter schweben und schneller schweben das hätte ich natürlich auch mal nutzen können wie schnell geht das hier hoho aber auf extremste die panzer rum hätte ich natürlich auch mal verstärken können nicht trotteln ja gut also müssen wir auf jeden fall mal die anderen missionen auch machen sonst bringt das ja hier gar nichts mehr so gehen wir auf jeden fall mal hier hoch ach ne bin ich doch hergekommen ist doch quatsch jetzt was ich hier mache oder ne bin ich nicht hergekommen muss ich jetzt quasi hier rein fährt er weiter runter oder weiter hoch ok fährt weiter runter fährt der fahrstuhl nicht ich muss irgendwie an dem hindernis vorbei das den schacht blockiert ähm im hindernis vorbei was den schach blockiert ähm und und die und 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 wenn So, sind wir jetzt hier richtig? Wir sind jetzt auch nicht. Hier den Hindernis vorbei, was den Schacht blockiert. Wenn wir jetzt hier rausgehen, haben wir nichts. Können natürlich versuchen, das mal hoch zu machen. Ob hier irgendwas ist? Na klar, hier oben ist noch irgendwas. Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht. Jetzt haben wir hier das Explosiv-Gehl. Mal gucken, was hier passiert. Passes. Ah, gut, okay. Das hat mir jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Nicht allzu viel. Ups. Weiter. Ach, warte mal. Ich fahre jetzt mal hoch erst mal. Ich kann auch erst mal hier runter schweben. Mir hat jetzt auch nichts gebracht dazu wirklich. Ich muss hier rein. Ich muss irgendwie hier rein. Ich bin alle im Messern. Ich bin hier auf jeden Fall falsch, wie es aussieht, oder? Ich bin hier auf jeden Fall hergekommen, so. Ich muss mal irgendwie versuchen, vielleicht. Wieso wird da jetzt nicht nur noch klettern? Ich versuche, das Blattnobiel mal hierher zu ordern. Das ist auch noch was. Wie muss ich mal das Blattnobiel herbringen? Ja, das hier ging es rein. Von hier bin ich hergekommen. Ach so. Hier kann ich das machen. Wie kann ich da jetzt reinkommen? Ich muss ja irgendwas machen. Das ist wahrscheinlich das letzte Akt. Hier kann ich auch irgendwie was machen. Ich muss auf jeden Fall was in dem Fortschritt machen, aber was? Ja, oder so. So geht es jetzt auch. Jetzt hat er es geprügelt. Jetzt hat er es geprügelt. So. So. Ihr Anführer trägt eine Sprengweste. Ich muss ihn zuerst ausschalten. Wenn wir unsere Zahl beibehalten, wird Batman schalten. Ja, das kann schon mit dem. Oder wie machst du das mal am besten? Ausrüstung, die Soldaten alarmiert. Kann ich erst einsetzen, wenn ich die Sprengweste entschärft habe. Das gefällt mir schon eh. Noch ein Riddler, den. Dieser Gegenstand wird die Soldaten alarmieren. Oh. Oh. Diese Typen haben mehr Feuerkraft als der Pinguin. Denkst du, was ich denke? Diese Waffenkiste schreibt geradezu danach, manipuliert zu werden. Was meint ihr, Ladies? Ich setze auf Batman. Ich setze auf Batman. Nee, er ist ein bisschen getanzt, Leute. Ja? 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 Hehehe... Ich hab ne Rauf circuliert, ne? Ey! Ey! Jaw 죄송, sowas. Ja? Eee? Geil! Puff, Puff! Schuss, Schuss! Du laufst für mich mit dem Stuhl. Du gehst mir nicht ganz richtig oder was? Sehr, sehr schön. Na ja, wenn sie ein großer Schaffter ist, das ist recht einfach. Diese Jungs haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Was meinst du, woher sie ihre Informationen haben? Ach, immer deiner Handlanger. Nur ein bisschen Folter und schon fahren sie an. Die haben die gemacht. Ich verrate alle von Bertmans Geheimnissen. Wie gesagt. Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss sie mit dem Wettmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Mhm. Wenn die Latte hat immer noch... ...irgendwie auf den Bohrerkriege, kann ich ihn vielleicht senken? Der Kommissioner hat dir vertraut, seine Stadt und seine Familie zu beschützen. Kann das Verlangen der Bohr machen? Ne, das ist aber immer noch ein. Puh. So, jetzt hab ich die Schlübe. Hier ist nichts, ey. Nichts. Nichts. So, gucken hier, was wir hier noch so machen können. Auf jeden Fall geht's erstmal da rüber. Hier ist auf jeden Fall eine Drohne, die ich nicht wirklich ausschalten kann. Doch, ich kann die aber hacken. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der zweite Ventilator ist aus. Jetzt muss ich das Wettmobil auf den Bohrer schaffen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommt hier eine kleine Rampe. Weiter komm ich mit der Winde nicht. Winde lösen. Wie wird das … voll, fähig ist ja noch nicht. Ein Alter … Oh dear.